Habe ich mir heute ganz feste vorgenommen, eine Ansage zu machen in der Richtung. Mir ist nämlich gerade was eingefallen, und zwar was, was ich ganz, ganz wichtig finde, loszuwerden. So, ich gucke ja so jeden Nachmittag, wenn wir aufwachen, die Nachrichten. Da sehe ich doch in den Nachrichten, dass ihr habt ja bald Landtagswahlen hier, dass diese Wichser von der NPD schätzungsweise 9% der Stimmen bekommen können. Und dazu muss ich euch eins sagen, warum ich überhaupt drauf komme und es überhaupt hier zum Thema mache, ist es, weil die NPD uns dauernd versucht zu instrumentalisieren. Und ich will, dass ihr wisst, dass wir mit der NPD nichts am Hut haben, dass die Wichser uns verdammt nochmal im Arsch lecken können. Und euch kann ich nur empfehlen, wählt nicht aus Protest irgend so ein paar Arschgeheigen, Leute. Das sind alles hinterwälderischere Nazis, die kein Mensch braucht und hier schon gar nicht. Und ich will, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass ihr wisst,